Wenn dir deine Füße beim Barfußgehen wehtun, dann sind sie am Absterben. Das hat damit zu tun, dass unsere Füße geben durch die Berührung mit dem Boden immer wieder Informationen, wo wir sind, wie stabil wir sind und dass wir sicher sind in unseren Stehen. Wenn wir konstant Schuhe tragen, dann wird diese Information nicht mehr ans Gehirn weitergegeben. Es sind nicht nur die Füße, die diese Information weitergeben, sondern es ist ja auch das Gleichgewichtsorgan im Ohr. Wenn ein Organ komplett wegfällt, also die untere Hälfte komplett wegfällt, dann werden wir unsicher. Und es passiert häufig im Alter, dass ältere Menschen unsicher sind beim Gehen, weil sie sich nicht mehr erspüren. Und dann noch dickere Schuhe anziehen mit noch dickeren Säulen, weil ihnen alles wehtut. Sie sind nicht so extrem sensibel geworden, sondern sie erleben sich nicht mehr. Der Körper sagt, das da unten brauche ich nicht mehr durchbluten, da passiert nichts mehr.